Hallo, hier ist Luca Ferrari von Electrola Futura und wir haben vom Produzenten vom Seniorenmobil VitaCare 1000 und 4000 ein paar tolle Videos bekommen und die würde ich Ihnen gerne vorstellen. Und das Seniorenmobil VitaCare 1000 gibt es ab 1599 Euro im Shop von Electrola Futura, im Online-Shop. Und das Tolle daran ist, dass das führerscheinfrei ist für alle Personen, die vor 1965 geboren sind. Das fährt 25 kmh, hat einen fest verbauten Plageel-Akku oder einen herausnehmbaren Lithium-Akku und da haben wir drei Versionen mit 20 Ampere mit 60 km Reichweite oder mit 30 Ampere mit 90 km Reichweite. Und das Tolle daran ist, dass das eine super tolle Qualität hat. Wir verkaufen davon über 500 Stück pro Jahr und der Grund dafür ist vor allem, dass das sehr viel weiter empfohlen wird. Also von Kunden für Kunden. Wir haben immer wieder Kunden, die das bestellen, die uns anrufen und sagen, wir haben das bestellt, weil das hat ein Nachbar und der ist ganz begeistert. Oder das fährt ein Freund und der ist ganz begeistert. Und wie gesagt, das hat 1000 Watt, hat einen Topcase hintendran für Einkäufe. Vorne ist noch ein Korb. Kein Korb, sondern ein Haken, der kann man aus seiner Einkaufstüte hinhängen. Der Sitz ist verstellbar, der kann auch vorne nach hinten verstellt werden. Wir haben einen richtigen Sitz, einen sehr bequemen Sitz. Es gibt viele Seniorenmobile, die haben einfach nur das Topcase und so ein kleines Polster da dran. Wir haben einen richtigen Sitz und in Zukunft werden wir das auch mit Dach haben, das heißt mit Regenschutz. Das ist dann eine Option, die man dazu bestellen kann. Und was gibt es noch zu sagen? Ich denke, was ganz besonders ist, ist, wenn man kein Auto mehr fahren kann, dann ist es, denke ich, ganz toll, einfach wieder mobil zu sein. Dass man einfach seine Freunde besuchen kann, zum Arzt fahren kann, dass man nicht Stadt fahren kann, dass man nicht an Zuhause gebunden ist. Und der Sitz hat auch die Lehne, ist auch verstellbar, die kann nach oben gestellt werden, dann ist es einfacher einzusteigen. Und alles wird am Lenker gemacht, auch wenn man Probleme hat mit den Füßen, mit den Beinen, Gas, Bremse, alles über den Lenker. Und das war es so. Mehr Informationen über das E-Mobil Vita Care 1000 gibt es auf der Homepage von Elektro oder Futura. Aber wie gesagt, mit dem fest verbauten Blei-Gel-Akku kostet es 1.599 Euro und mit dem herausnehmbaren Lithium-Akku ab 1.999 Euro. Und ich denke, sie bekommen hier eine sehr, sehr gute Qualität geboten. Die ist wirklich sehr gut, top. Wir arbeiten mit dem Lieferanten jetzt schon fast 10 Jahre zusammen und wir sind, wie gesagt, da wirklich Spezialist. Wir haben alle Ersatzteile auf Lager und wir haben mehr als 300 Service-Partner in Deutschland. Das heißt, wir können überall Service anbieten, auch lokalen Service. Und wie gesagt, bei uns, wir sind immer telefonisch für sie da, wir sind per Mail für sie da, wir sind per Chat für sie da. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass sie bei uns nicht nur das Produkt kaufen, also das Seniorenmobil, sondern sie haben auch den Service. Und das ist, denke ich, das A und O. Falls, wenn was ist, dann sorgen wir dafür, dass ihr E-Mobil direkt wieder fährt. So, und wie gesagt, einfach schauen auf der Homepage von Elektro oder Futura. Da gibt es viel mehr Infos und auch Videos. Machen Sie sich schlau. Und ich denke, das Tolle ist einfach, einfach loszufahren, Spaß zu haben, wieder einfach da mitten im Leben zu stehen. Und nicht einfach, wenn man kein Auto mehr fahren kann, einfach immer zu Hause zu sein. Dafür ist das Leben doch zu kurz. Einfach loslegen und losfahren, das machen Tausende von unseren Kunden. Die haben mega, sehr viel Spaß damit und sind da sehr zufrieden. Wenn Sie das Video mögen, liken Sie das doch, teilen Sie das doch. Machen Sie es gut. Tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen, findest du auf unserer Homepage elektroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektro-E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller Futura.